Ja, lasst uns unsere Bibeln aufschlagen in Apostelgeschichte 1. Eigentlich sind wir in Sprüche, wir sind auch mittendrin in einem Thema, was sehr wichtig ist und sehr herausfordernd, aber irgendwie gestern in der Vorbereitung hatte ich den Eindruck, dass wir doch uns auf das konzentrieren und ausrichten sollen, wo sich ganz viele Christen auf der ganzen Welt heute drauf ausrichten, auf die Geschehnisse, die in Apostelgeschichte 2 berichtet werden. Von dem Geschehen, das zu dem Pfingstfest in Jerusalem passiert ist, vor 2000 Jahren. Weil Gott uns herausfordert und uns beauftragt hat, so ist es wichtig, dass wir verstehen, was Gott an diesem Tag getan hat. Es sind so viele, ich habe vorhin auch noch mit einer Schwester gesprochen, die sagte, ja ich habe irgendwie zweimal in den letzten Tagen mit Leuten, die nicht gläubig sind, irgendwie Physiotherapeuten und noch irgendwen, die haben dann irgendwie gefragt, sag mal, kannst du mir sagen, was das mit diesem Pfingstfest soll? Und es ist ganz klar, die Menschen, die das Pfingstfest ist irgendwie nicht so sprechend, also was ist da am Pfingsten geschehen? Und das liegt auch daran, dass das Pfingstfest nicht für die Ungläubigen ist, sondern für die Gläubigen. Pfingsten ist etwas, was was diejenigen erfasst hat oder was die bewegt, die aus dem Geist geboren sind. Menschen, die Jesus nicht kennen, die können damit nichts anfangen. Die verbinden damit nichts. Sie können nur etwas damit verbinden, wenn die gläubigen Pfingsten nicht nur feiern, im Sinne eines Totenkultes, sondern indem sie Pfingsten neu erleben, neu erfahren, indem Pfingsten sich wieder ereignet, in der Gemeinde Gottes unter den Gläubigen. Dann hat es auch Auswirkungen auf die Nichtgläubigen. Dann verstehen und begreifen auch die Nichtgläubigen, was Pfingsten bedeutet. Es gibt in der gegenwärtigen Christenheit, denke ich, zwei wesentliche Gefahren, auch im Laufe der Geschichte. Es gibt eine große Gefahr, die ist im Moment sicherlich sehr, sehr, sehr klar und sehr deutlich. Das ist die Gefahr, dass Christen sich in ihre eigene Bubble zurückziehen. Weil die Welt so böse ist und wir ja berufen sind, auch ein neues Leben zu führen, ein anderes Leben. Dann zieht man sich einfach zurück und lebt sein Leben als Christ so für sich. Das andere ist der Aktionismus. Ja, das ist eine verlorene Welt und wir müssen diese Welt erreichen und wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Jesus hat seinen Jüngern diesen beiden Tendenzen in uns etwas entgegengesetzt. Er hat den Jüngern gesagt, geht hinaus in alle Welt. Überall soll das bekannt werden, was geschehen ist. Überall soll das bekannt werden, was ich getan habe. Und das ist die Art und Weise, wie Gott Menschen rettet. Er hat alles für uns getan am Kreuz von Golgatha. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Aber wie kommt das Heil zu den Menschen? Wie kommt Jesus zu den Menschen? Er kommt nicht mehr selber. Sondern er hat seine Jünger gesandt in diese Welt. Er hat seine Kinder gesandt in diese Welt. Er hat uns gesandt in diese Welt. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, sagt der auferstandene Jesus zu den Jüngern. Also nichts mit christlicher Babbel. Nichts mit Kloster. Das ist nicht der Weg. Wir sind gesandt in diese Welt. Und das finden wir in der Apostelgeschichte 1, diesen Gedanken. und zwar in Vers 8 in der zweiten Hälfte. Ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht nur ihr sollt meine Zeugen sein, sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Er sagt ja auch zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Nicht ihr sollt einmal irgendwann das Licht der Welt sein. Nein, ihr seid das Licht der Welt. Wenn du gläubig geworden bist, wenn du den Herrn Jesus als deinen Retter und Erlöser angenommen hast, wenn du erfahren hast, wie er alle deine Sünde vergeben hat, dich gereinigt hat von deiner Sünde, deinem Leben eine ganz neue Perspektive gegeben hat, dann hast du den Heiligen Geist empfangen, den Geist Gottes. Gott lebt in dir. Er hat dir ewiges Leben geschenkt, er hat dir ewige Hoffnung, ewige Herrlichkeit geschenkt. Etwas, was sonst hier auf dieser Welt keiner hat. Du bist reich beschenkt worden, ich bin reich beschenkt worden, wir haben einen wunderbaren, großartigen Schatz, aber wir haben ihn nicht, um ihn für uns zu behalten, sondern um ihn zu teilen, um ihn weiterzugeben. und dafür braucht es die Zeugen. Gott hat sich das so ausgedacht, er hat gesagt, diejenigen, die ich errettet, die sollen Zeugen sein für die anderen, die nicht errettet sind, sodass auch sie errettet werden, dadurch, dass sie das Evangelium hören, dass sie die frohe Botschaft hören, das Zeugnis, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und dass er auferstanden ist und lebt. Und du, du bist doch selber, denk mal darüber nach, wie du zum Glauben gekommen bist. Wodurch bist du denn zum Glauben gekommen? Selbst wenn du in der christlichen Familie groß geworden bist, hast du doch Zeugen gehabt, oder? Deine Eltern, die Menschen aus der Gemeinde, in die du hineingeboren bist, alles Zeugen. Zeugen der Wahrheit des Evangeliums. Und wenn du dieses Zeugnis wirklich in deinem Herzen angenommen, aufgenommen hast und dein Leben selbst diesem Herrn Jesus, diesem König gegeben hast, dann bist du auch zu einem Zeugen geworden, bist du auch ein Zeuge Gottes. Und das Zeugnis ist vor allen Dingen der Heilige Geist in dir. Und wenn du überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun hattest in deinem Leben, dann sind auf andere Weise hat Gott Zeugen gesandt in dein Leben, die das bezeugt haben. Die dir den wahren lebendigen Gott bezeugt haben und seine Liebe und sein Evangelium, seine Rettung, sein Heil. Und dadurch bist du zum Glauben gekommen, dadurch bist du gerettet worden. So jetzt mach dir mal klar, es gibt so viele Menschen um dich herum, die das nicht haben. Und sie brauchen Zeugen. Und du und ich, wir sind diese Zeugen heute, in dieser Zeit, da, wo wir sind. Jesus hat damals zu den Jüngern gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Hier in Jerusalem, aber nicht nur das, sondern in Judäa, in der ganzen Region. Ja, noch weiter, bis auch zu den Feinden, zu denen, die so ein bisschen schräg glauben, die so schräg drauf sind, die Zeugen Jehovas. Auch bei denen werdet ihr meine Zeugen sein, bei den Samaritern. Aber noch mehr, bis an das Ende der Erde, da, wo sie völlig andere Götter anbeten, wo sie keine Ahnung haben von nichts. Auch da, überall, wo irgendwo ein bewohnter Fleck Erde ist, werdet ihr meine Zeugen sein? Wenn du das jetzt heute hörst und das mal auf dich beziehst, du wirst mein Zeuge sein, hier in Hannover, hier in der Region, ja, in ganz Deutschland, auch unter den türkischen Mitbürgern und bis ans Ende der Welt, was würdest du sagen, hier, wie soll ich denn das, bitteschön, geht nicht, kann ich nicht, ich kriege ja schon Muffensausen, wenn ich irgendwie mit meinen Verwandten über Jesus rede oder mit meinen Nachbarn, deswegen habe ich es noch nie gemacht. und dafür ist Pfingsten da, weil Gott uns doch kennt, er weiß, wir sind schwach, wir sind so, wir können das nicht, diese Aufgabe ist einfach unmöglich für uns. Wie sollen wir Zeugen für Jesus sein, in der Schwachheit unseres Fleisches, können wir nicht. Dafür hat er seinen Geist gesinnt, in unsere Herzen. um uns zu erfüllen mit der Liebe Gottes. Aber noch mehr, die Jünger waren erfüllt von der Liebe Gottes, sie waren begeistert, sie haben sich gefreut über Jesus. Und trotzdem, wisst ihr, was Jesus sagt? Er sagt, wartet. Und das ist gegen allen Aktionismus. Wartet. Nur weil ihr jetzt begriffen habt, dass ihr gerettet seid und dass es was Wunderbares ist, ein Wiedergeborenen, ein neugeborenes Kind Gottes zu sein. Deswegen rennt nicht los und versucht alle Leute irgendwie zu bekehren. Wartet. Das steht hier in Vers 4. Und als Jesus mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagt er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Durch die Taufe des Johannes ist am Anfang, bevor Jesus aufgetreten ist, in Israel eine große Bewegung entstanden, eine Bußbewegung, eine Umkehrbewegung. und so ein Impuls, einen starken Impuls, der nicht einen Einzelnen, sondern die ganze Gruppe, die ganzen Gläubigen erfassen soll, dieser Impuls, den braucht es auch, bevor ihr hinausgeht. Deswegen wartet. Warten heißt nicht, sich aufs Sofa setzen und die Beine hochlegen. Warten heißt das, was die Jünger auch gemacht haben. Sie haben sich getroffen zum Gebet, sie haben glaubend erwartet, wann ist der Zeitpunkt, wann ist der Punkt, wann kommt Gott und tut dieses Werk im Heiligen Geist mit uns, dass wir den Startschuss haben, rauszugehen. Da müssen wir hinkommen. In dieser Erwartungshaltung, Gott, tu etwas mit mir. Gebrauche mich. Du hast mich berufen, dein Zeuge zu sein. Herr, du musst das jetzt tun. Bitte, tu das mit mir. Wirke das in mir. Wirke Pfingsten in mir. Ich brauche das, sonst kann ich nicht dein Zeuge sein. Also Jesus sagt, warte, presch jetzt nicht los. Denk jetzt nicht jetzt muss ich ja irgendwie und dann legst du los und fällst voll auf die Nase und bist wieder voll enttäuscht und ziehst dich innerlich zurück, weil es bringt ja eh alles nichts. Es ist ja eh nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Was kann ich schon bewirken? Ja nichts. Ohne 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 Geist Gottes kannst du nichts bewirken, weil der Geist Gottes Kraft ist, Vollmacht. Und das sagt er hier in Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Der Heilige Geist ist in euch, aber er soll auf euch kommen. Das bedeutet diese besondere Salbung, diese besondere Ausrüstung. Wir kennen das aus dem Alten Testament. Da finden wir die Aussagen über den Heiligen Geist häufig in diesem Zusammenhang der Ausrüstung für einen besonderen Dienst. Zum Beispiel König Saul oder König David. Als sie zum König gesalbt wurden, kam der Geist Gottes über sie. Was bedeutet das? Sie waren gläubig. Insbesondere David, er war ein gläubiger junger Mann, aber der Heilige Geist kam auf ihn, um ihn auszurüsten mit aller Befähigung zu dem Dienst, zu dem Gott ihn berufen hatte. So finden wir es auch bei den 70 Ältesten in 4. Mose 11. Als Gott zu Mose sagt, du brauchst noch Leute dazu, du schaffst das nicht alleine, den Dienst, den ich für dich habe. Und dann stellt Gott 70 Älteste an seine Seite. Und was tut Gott? Er nimmt von dem Geist, der auf Mose ist und legt ihn auch auf diese 70 Älteste. Das ist Ausrüstung, das ist Befähigung von Gott für die Aufgabe, die er für die jenigen hat. Sie können es aus ihren eigenen Fähigkeiten, Befähigung heraus nicht tun. Sie brauchen die Ausrüstung und Kraft des Heiligen Geistes. Das Wort Dynamis heißt hier Befähigung. Es geht nicht darum, wissen ihr, manchmal hören wir solche Worte und wir verbinden damit etwas. Viele von uns, wir leiden darunter, dass wir kraftlos sind, dass wir uns kraftlos fühlen, dass wir schlapp sind, dass wir müde sind. Das hat oft mit unserer Arbeit zu tun. Wir sitzen den ganzen Tag vom Computer, bewegen unsere Muskeln nicht und wundern uns dann, warum unsere Muskeln so schlapp sind. Und wir fühlen uns dann schlapp. Weil diese Art von Arbeit und diese ganzen Corona Maßnahmen und wirkt sich alles so auf uns aus. Wir fühlen uns alle so schwach und wir brauchen endlich mal eine Kraft. Das brauche ich. Ich brauche neue Kraft. Dann sehen wir uns nach einem Wellness Wochenende. Und dann verfallen wir auf diese falsche Vorstellung, dass wenn Gott, wenn Jesus davon spricht, dass der Heilige Geist Kraft ist für uns, dass ja, der Heilige Geist ist Kraft. Darum geht es, dass ich neue Kraft bekomme, dass ich mich wieder stark fühle. Dass ich mich nicht mehr so schwach fühle, sondern dass ich mich stark fühle. Aber Geschwister, das ist überhaupt nicht das, worum es Jesus hier geht. Es geht darum, dass Gott uns befähigt und ausrüstet, das Werk zu tun, wozu er uns berufen hat. Dabei muss ich mich nicht unbedingt stark fühlen. Dabei kann ich mich ganz schwach fühlen. So hat es Paulus gesagt. Ich fühle mich ganz schwach. Ich bin ganz schwach. Und Gott hat gesagt, ja, das ist gut so. So so bleiben. Weil ich durch diese deine Schwachheit kann ich mich verherrlichen und werde ein großes Werk tun. Es geht nicht darum, dass wir uns stark fühlen, dass wir uns frisch und jetzt gehe raus auf die Straße und verkünde das Evangelium, weil ich so stark bin. Nein, darum geht es nicht. Ich glaube schon, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist uns auch aus diesem Gefühl der Schwäche heraus befreit. Aber wir sollten nicht den Heiligen Geist suchen, weil wir irgendwie unsere Mattigkeit und Schwäche irgendwie überwinden wollen oder was Neues für finden wollen. Wie gesagt, dafür hat Gott seinen Geist nicht gesandt, sondern er sendet ihn aus, um uns auszurüsten mit dem, was wir brauchen. Dynamis ist Befähigung, Ausrüstung, Vollmacht, und das ist das Erste. Der Heilige Geist gibt diese Befähigung. Du brauchst keine Angst zu haben, du brauchst keine Sorge zu haben. Wenn Gott dich und mich beruft, seine Zeugen zu sein, dann wird er uns alles geben dafür, damit wir es auch sein können. Und das drückt sich darin aus, dass Jesus sagt, ihr werdet, der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. nicht vielleicht kommt ja der Heilige Geist auf euch und dann müsst ihr euch ganz toll anstrengen, damit ihr meine Zeugen seid. Nein, der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Geschwister, glaubt ihr das? Glaubt das doch. Gott möchte geglaubt werden. Jesus möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm glauben. Im Glauben empfangen wir die guten Gaben Gottes. Wenn wir kommen und bitten wie die Kinder und sagen, Vater, gib uns doch bitte ein Brot, dann gibt er uns ein Brot, sagt Jesus. Und wenn wir kommen und bitten um den Heiligen Geist, dann gibt er uns den Heiligen Geist. Es wird so geschehen. Lass uns weitergehen hier. In Kapitel 2. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Also das waren viele. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, dass zu einer bestimmten Zeit sie mit 120 Leuten zusammen waren. Paulus spricht davon, dass nicht nur die elf Jünger Jesus auferstanden gesehen haben, sondern zu einer Situation 500 auf einmal. Also das heißt, es sind schon viele dabei, noch bevor Pfingsten kam, einfach durch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Aber jetzt kommt der Tag. Jesus ist ja zum Himmel aufgefahren, er sitzt zur Rechten Gottes. Jetzt ist er selber nicht mehr gegenwärtig. Wie sollen Menschen zum Glauben kommen? Durch das Zeugnis der Jünger. Und sie sind alle beisammen an diesem Pfingstfesttag, wo die ganzen Juden aus ganz Israel, aber noch darüber hinaus, aus verschiedenen Ländern zum Feiertag gekommen sind, zum Festtag, zum Weifahrtsfest nach Jerusalem. So waren Menschen aus unterschiedlichsten Gegenden Juden, die ja dort auch geboren waren und die Sprache sprachen, die dort gesprochen wurde. Und sie waren alle an einem Ort beisammen, die ganzen Geschwister waren zusammen, alle. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Sie haben zehn Tage gewartet, gebetet, sich immer wieder getroffen, jeden Tag zum Gebet und haben so wahrscheinlich gedacht, hey Mann, wann kommt das jetzt, wann kommt diese Kraft? Wie wird das geschehen? Wie wird das passieren? Sie wussten das nicht, wie es passieren würde. Sie wussten nicht, wann es passieren würde. Jesus hatte nur gesagt, es wird kommen. Nach diesen wenigen Tagen. Also es wird nicht so lange dauern. Wir haben jetzt nicht gedacht, naja, das wird jetzt wahrscheinlich einige Monate oder vielleicht Jahre dauern. Jetzt müssen wir so lange hier in Jerusalem hängen und warten bis es irgendwie losgeht. Nein, nach wenigen Tagen. Sie waren also voller Erwartung. Es wird kommen. Was wird kommen? Und dann kam es. Irgendwie ein besonderes Erlebnis, ein besonderer Vorgang. Und dann wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das finde ich so wunderbar. Wisst ihr Geschwister, es geht hier nicht um die besonderen Missionare. Es geht hier nicht einfach nur um die zwölf Apostel. Es geht um jeden Gläubigen. Jeder ist berufen, ein Zeuge für Jesus zu sein. Und jeder braucht die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist. Jeder soll gesalbt werden. Und das ist das Wunderbare was Petrus auch in der Pfingst Predigt sagte in Kapitel 2. Er sagt hier erfüllt sich was Joel vorausgesagt hat. Alle sollen erfüllt werden. Das ganze Gottes folgt. Da wird mein Geist ausgegossen. Nicht nur die 70 Ältesten. Nicht nur der Prophet. Nicht nur der König. Nein alle sind wir Priester. Alle sind wir herausgefordert Gott zu dienen. sind wir berufen ihm nachzufolgen und seine Zeugen zu sein. So sollen auch alle erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und hier geschieht es. Alle werden erfüllt. Und sie fingen an in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Das ist das Zweite. Der Heilige Geist gibt nicht nur Kraft, er gibt auch Worte. Und zwar hier gibt er Worte, die Jünger nie gelernt haben. Sie haben hier diese Sprache nicht gelernt und können sie dennoch sprechen. Und sie reden nicht einfach nur diese fremde Sprache. Nein, in Vers 11 steht, die Leute, die da drum rumstehen, die aus all diesen Gegenden kommen, die hören genauer hin und merken, boah, die reden ja und meine, der redet ja meine Sprache. Aber sie hören nicht nur, dass sie diese Sprache reden, sondern auch, was sie reden. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Was tun die Menschen? Was tun die Geschwister hier? Sie verkündigen, sie predigen das Evangelium, sie preisen Gott für all das, was er getan hat. in Jesus ist der Messias gekommen, in Jesus ist der Knecht Gottes gekommen, wie Jesaja gesagt hat, dass einer kommen wird, die Sünde des Volkes zu tragen. Er hat am Kreuz all unsere Sünden hinweggenommen und er ist nicht im Grab geblieben, so wie David gesagt hat, sondern er ist auferstanden von den Toten, er ist der Anfang der Auferstehung, das Reich Gottes ist zu uns gekommen, so haben sie geredet und die Juden, die das gehört haben, aus den anderen Regionen des Römischen Reiches und teilweise auch noch darüber hinaus, sie haben es gehört in ihrer Sprache, Gott hat durch den Heiligen Geist den Jüngern Worte gegeben, übernatürlich, sie hatten sie nicht gelernt. Ich weiß nicht, ob du manchmal darüber nachdenkst, wenn mich irgendwer fragen sollte, ich wüsste gar nicht, was ich antworten soll. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wenn ich das Evangelium erklären soll. Ich habe eine gute Botschaft für dich. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen und er gibt dir Worte, die du brauchst. Übernatürlich, ohne dass du eine Bibelschule besuchen musst, ohne dass du erst einen Evangelisations Kurs machen musst. Der Heilige Geist gibt dir Worte, wenn du vom Heiligen Geist dich erfüllen lässt. Aber er gibt auch ganz natürliche Worte. Es muss nicht irgendwas Abgefahrenes sein, wie was hier jetzt passiert. Denn auch Petrus, als er anfängt zu predigen ab Vers 14, wer hat ihm diese Worte gegeben? Der Heilige Geist. Aber es kann durchaus sein, dass er den Propheten Joel schon mal gelesen hat, dass er vielleicht sogar diese Verse auswendig konnte. Dass ihn logische Schlussfolgerungen dazu gebracht hat, eins und eins zusammenzuzählen, nämlich das, was hier gerade passiert und das, was im Propheten Joel steht. Aber der Heilige Geist ist es, der das zusammenwirkt, auch das Natürliche hier, der die Botschaft formt und ihm diese Worte gibt, die er jetzt ausspricht in der Predigt. Der Heilige Geist gibt dir Worte. Das ist so wichtig. Und zwar das Wort Gottes. Wir haben das Wort Gottes. Gott spricht durch uns zu den Menschen. Wir sind seine Zeugen. Warum? Weil er uns zu Propheten macht. Das ist das Wort eigentlich, was Petrus aus Joel zitiert. Ich will meinen Geist ausgießen auf alle meine Kinder, sodass sie alle Propheten sind. Dass ich durch sie hindurch zu den Menschen spreche. Und genau das ist es doch gewesen, was wir erlebt haben. Menschen haben zu uns gesprochen und plötzlich haben wir die Stimme Gottes in ihren Worten gehört. Den Ruf komm zu mir, vertrau mir, glaube an das Evangelium, glaube an Jesus, vertrau ihm. Und plötzlich haben wir die Stimme Gottes in ihn gehört. Der letzte Punkt, der Heilige Geist gibt Kraft, er gibt Worte, aber er gibt auch Mut. Und das finden wir in Apostel 4. Wir sehen es schon vorher in Apostel Geschichte 2, dass Petrus so offen über die Kreuzigung Jesu redet und den Menschen tatsächlich die Pistole auf die Brust setzt und sagt, ihr wart es, ihr habt dazu Ja gesagt, zur Kreuzigung des Messias, den Gott gesandt hat. Wo er vorher, als er mit Jesus in Verbindung gebracht wurde, schnell die Biege gemacht hat und gesagt, ich kenne Jesus nicht, hat der Heilige Geist ihn mit Mut erfüllt, vor Tausenden von Menschen sich zu Jesus zu bekennen, das Evangelium zu predigen und sogar eine herausfordernde Botschaft ihnen zu bringen, sie mit ihrer Sünde zu konfrontieren. Aber dann kam Verfolgung tatsächlich. in Apostelgeschichte 4 lesen wir davon, dass Petrus und Johannes vor den Hohen Rat gezogen wurden und dass sie befragt wurden und dass sie bedrängt und bedrückt wurden und bedroht wurden. Rede nicht davon! Wisst ihr, und bei uns, wir leben in einem freien Land, wir dürfen das Evangelium verkünden. Es ist so ein Vorrecht, so viele Geschwister haben das nicht. Die kennen das, dass ihnen von der Obrigkeit gesagt wird, vom Staat oder von irgendwelchen religiösen Führern. Rede nicht über Jesus! Sonst wird es dir schlechter gehen. Die leben richtig unter Druck. Bis hier bei den allermeisten von uns ist das nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass dir jemand gesagt hat, rede nicht über Jesus. Ja, mag vielleicht gewesen sein, aber dann eigentlich nur im privaten Umfeld. Im Sinne von, ich will davon jetzt nichts mehr hören. Aber du kannst dich hier auf die Plätze stellen. Ich fand das so genial, vor ein paar Jahren, wo wir draußen Einsatz gemacht haben, standen wir auf dem Köpke, wir haben Lieder für Jesus gesungen und dann war eine ganze Reihe von Leuten, die sich da hingestellt hatten, dann hatte ich irgendwie durch den Geist die Freiheit, dann auch zwei, drei Worte zu den Leuten zu sagen und dann stand da ein Stückchen weiter ein Polizeiauto und zwar um da irgendwie so einen AfD-Stand zu schützen oder so irgendwie. Und ich dachte, das ist ja was Wunderbares, dass ich hier jetzt gerade keine Angst haben muss. Die Polizei ist da und ich verkündige hier auf dem Platz das Evangelium, da stehen die bunteste Gruppe von Menschen aus allen möglichen Völkern, aus allen möglichen Religionen, und ich verkündige hier das Evangelium und ich habe keine Angst vor der Polizei, ich muss keine Angst haben, dass die jetzt mich hops nehmen, dass sie mir den Mund verbieten. Wir haben es doch gut, oder? Aber warum haben wir denn Angst? Das ist was Geistliches. Der Kampf ist geistlich. Auch in Deutschland ist Finsternis. Und die Finsternis will nicht, dass das Licht strahlt und leuchtet. Und wisst ihr was? Die Finsternis ist auch in mir. Das ist mein Fleisch. Die alte Natur. Die alte sündhafte Natur. Die sich durchsetzt und sagt, rede lieber nicht über Jesus. Nachher hast du Unannehmlichkeiten. Nachher ist es irgendwie peinlich. Nachher mögen dich die Leute dann nicht mehr. Menschenfurcht. Wir haben da alle mit zu tun. Alle mit zu kämpfen. Und die Jünger hatten das damals auch. Was haben die Jünger gemacht? Was haben die Geschwister gemacht? Die Gemeinde? Apostelgeschichte 4. Vers 23. Als sie aber entlassen waren, Johannes und Petrus, kamen sie zu den Iren, verkündeten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Was haben sie gemacht? Sie haben gebetet. Sie haben es nicht einfach so hingenommen. Sie haben nicht die Waffen gestreckt und gesagt, okay, gut, christliche Babbel, alles klar, wir ziehen uns zurück. Wir machen unser Ding im Verborgenen. Sie haben gebetet. Sie wussten, wir haben den Auftrag, Zeugen zu sein für Jesus hier in Jerusalem und dann auch noch weiter darüber hinaus. Aber jetzt ist Druck da. Also was haben sie gemacht? Gebetet. Und ihr Gebet ist so interessant, so wichtig. Sie sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Sie machen sich erstmal klar im Gebet, wer ist Gott überhaupt? Er ist der Herrscher. Er regiert über alles, denn er hat alles gemacht. Das ist ein wichtiges Mittel gegen die Angst. Mach dir klar, wer ist Gott? Wer ist dein Gott? Und wenn dir dann klar wird, dieser Gott, der alles geschaffen hat, der alles am Leben hält, all diese Menschen, wovor ich Angst habe, all diese Menschen hat mein Gott geschaffen und er hält sie am Leben. Und er kann einmal so machen und sie sind nicht mehr. Und wenn dieser Gott, der alles geschaffen hat, der alles regiert, wenn der für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Ein ganz wichtiges Mittel gegen die Angst. Mach dir klar, wer ist Gott eigentlich? Bete ihn an. Das machen sie hier. In ihrem Bittgebet beten sie Gott erstmal an. Sie machen sich klar, wer Gott eigentlich ist. Und dann erinnern sie sich an das Wort Gottes. Sie halten sich fest an das, was der Heilige Geist schon gesprochen hat. In Psalm 2. Der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum tobten die Nationen und sannen Eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Sie erinnern sich daran, dass Gottes Wort es schon vorausgesagt hat, dass Widerstand kommen wird. Und auch Widerstand von allerhöchster Stelle. Das macht mich auch ruhig zu wissen, ja, es muss ja so passieren. Es ist doch ganz klar. Gott hat es schon vorausgesagt. Weil Gott schon alles weiß, kann ich ruhig sein. Weil er auch die Lösung für das Problem hat. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Also sie haben am Ende, in ihrem ganzen Widerstand, am Ende nur das getan, was Gott sowieso machen wollte. Und jetzt beten sie für jetzt, für ihre Situation. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden. Indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Herr, schenk du Vollmacht, schenk du Ausrüstung für den Dienst, dass Menschen sehen und erkennen, dass in dem Namen Jesus Heil, Heilung, Rettung, Befreiung zu finden ist. Und gib uns den Mut, das Wort zu sprechen, auch in Widerstand. Dieses Gebet sprechen sie. Und? Erhört Gott Gebete? Ja, er hört das Schreien seiner Kinder. Er sieht uns, er erkennt unsere Schwachheit, die Schwachheit unseres Fleisches. Er kennt unsere Not, er kennt unsere Angst und er hat eine Antwort dafür. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wir können dieses Gebet sprechen. Wenn du Angst hast, wenn du verzagt bist, wenn du entmutigt bist, wenn du dich gerne lieber in die christliche Bubble zurückziehst. Gott möchte dich mit dem Heiligen Geist erfüllen und nicht nur dich, sondern uns alle hier, die ganze Gemeinde, jeden Einzelnen, wie jeder von uns braucht es. Und eben nicht nur einmal. Die Jünger haben es auch nicht nur einmal erlebt. Und Paulus sagt es in Epheser 5 Werdet erfüllt, immer wieder, von der Kraft des Heiligen Geistes, damit ihr seine Zeugen sein könnt. In eurem Lebenswandel, in dem, was ihr sagt. Er gibt euch Worte, die ihr braucht. Habt keine Angst. Vertraut darauf, dass der Heilige Geist genug ist, um euch auszurüsten und zu befähigen, seine Zeugen zu sein. Und vertraut darauf, wenn ihr darauf wartet im Gebet, dass er euch den Heiligen Geist geben wird. So hat Jesus das zugesagt. Und lasst uns das deswegen tun. Jetzt heute an diesem Tag. Aber nicht nur an diesem Tag. Nicht einmal im Jahr zu Pfingsten. Heiliger Geist. Ja stimmt, Pfingsten war ja irgendwas mit dem Heiligen Geist. Lass uns nochmal über den Heiligen Geist nachdenken. Nein, wir brauchen das immer und immer wieder im ganzen Jahr. Wir sind nicht dazu berufen, irgendwelche Feiertage zu feiern und einmal im Jahr an den Heiligen Geist zu denken. Nein, wir brauchen den Heiligen Geist in unserem Leben für die Aufgabe, zu der uns Gott berufen hat. Nämlich Zeugen für ihn zu sein in dieser finsteren Welt. Damit Menschen das Evangelium hören und gerettet werden. Und der Heilige Geist ist uns gegeben für diese Aufgabe, aber auch für die Aufgabe, uns untereinander zu stärken für diesen Dienst. Uns zu ermutigen, uns herauszufordern. So lass uns das jetzt machen. Wir singen zusammen, oder wir singen nicht zusammen. Wir lassen singen von Vanya. Aber wir wollen dabei aufstehen und im Herzen mitsingen und beten, dass Gott es tut in uns. In mir, ich brauche es. Du brauchst es. Und du, und du. Dass wir beten für uns. Und für die ganze Gemeinde. Und darüber hinaus, für alle Christen in dieser Zeit, dass der Heilige Geist uns noch einmal erfüllt. Dass er auf uns kommt. Dass wir seine Zeugen sind in diesen letzten Tagen. Amen.